den waldmeister geschichten ich bin tot ich musste ewig warten bis hier mal irgendjemand joint und dann hat mich so ein viehchen jetzt getötet ich hoffe dass man jetzt noch joint und mich resurrected aber ich glaube irgendwie nicht dran er spielt heute er spielt heute mit einem gameboy oder was ich weiß es nicht was passiert wo ist der gegner da gibt es nicht du hast dich einfach selbst hingelegt hier ist er doch wie ist er gestorben hast du den getötet ich habe niemand getötet dann ist der in die falle der ist in die falle genau aber die macht doch nichts der scheinbar schon bei den gegnern scheinbar schon ja doch kann er wieder blut gespritzt ja das gehört ist nicht bei uns ja genau robson ist mit dabei aber nicht bei uns ja ich laufe ich wollte die vogelsteuer noch fertig machen ja und unser ziel ist natürlich heute mal durchzuspielen hier ja aber was müssen wir denn tun um das spiel durchzuspielen das ist ja wohin wir brauchen die hat unser aloe vera geht auf guck mal hast gesehen gibt es schon hat schon ein keycard für da unten oder was meinst du ja für diesen bunker ding da haben wir die nicht schon ich wollte erstmal einen baum vielleicht hilft mir das aber könnte die denn sein wir waren jetzt eigentlich überall wir müssen echt mal so einen scheiß rundgang machen ich habe gar keinen bock darauf als echt groß ist also richtig groß aber wir waren halt wirklich schon überall wo war ich weiß nicht ob wir alles an an wasser so abgesucht haben ich bin tot um stürzt dann hier cosmos geranntScript man schon gemacht ja aus dem du mich zu! Übelst Jumpscare-mäßig! Und jetzt ist er einfach weg vom Erdboden verschwunden. Der hat einfach seinen Karma gespürt und hat sich gedacht, nee, den fick ich weg. Bin ich hier in deinem Fickgebiet, haust mal geile Ältchen für mich hier. Du sauer, ich fick dich richtig geil. So, jetzt wird das Video wieder gesperrt, oder was? Oder was? Also, Robson, was du nicht mitbekommen hast, es gab so einen Patch, jetzt gibt es Steine. Mit Steinen kann man jetzt auch Wände und Fundamente bauen. Boah, voll schön. Ah, guck mal hier die Vogelscheuche! Ganz schicko Bello! Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt, äh, sind die Möwen nicht mehr da. Warum, was ist das für ne... Aaaaaaah! Das triggert mich! Ich weiß, die einen sind verkehrt hier. Das triggert mich! Ich geh jetzt direkt nochmal zum Strand, mir Metz holen. Aber ich hab immer nur zwei. Ich hab, glaub ich, gar keine mehr. Was war denn jetzt? Oh nein, meine scheiß Brandfalle schon wieder! Kacke! Leute! So eine Scheiße! Alter, wo bin ich? Ich bin am Arsch der Welt! Hände einfach auf uns zu! Querbeet ein! Ja mach ich! Es ist überall Berg! Querbeet ein! Querbeet ein! Ja, wer kennt's nicht? Halt doch mal den ran! Du als Ostdeutscher kennst du überhaupt nichts! Oh, ich kenn alles! Kennst du nicht die Bonner Erfolgsband Querbeet? Doch, die kenn ich! Aber Querbeet, nicht Querbeet! Komm aus Bonn? Ja, die waren sogar... Zwei davon waren in meiner Stufe! Die Bergers! Sag da direkt den echten Namen, ey! Hä? Kann man doch nachgucken! Der Sänger heißt Berger und sein Bruder ist auch da! Sein Bruder war in meiner Stufe! Der Sänger heißt Berger und sein Bruder auch! Und die hatten in Mathe folgende Noten! Man muss dazu sagen... Bei der Frau... Bei der Lehrerin Frau so und so! Ich hatte mit dem, glaub ich, kein Mathe zusammen! Man muss natürlich dazu sagen, dass du auf einer Schule für geistig Lernbehinderte warst, ne? Man nennt es auch Waldorf! Es wird duster! Habt ihr alle beide was zum Schlafen ready? Ich komm gleich hoch! Nee, ready! Wo steckst du eigentlich Ropse? Ich... Ich komme! Und ich versuch's zumindest! Ropsen war kein Name, sondern ein Programm! Was denn hier? Wird ganz schön dunkel! Kannst du irgendwo pennen? Nein! Dann braun dir ein Zelt! Nein! Oder einen Unterschlumpf! Oh, ich fall hier runter! Ist tot! Baut dir halt was! Ne, ich bin ja jetzt quasi fast da! So! Kann man auf den einen Berg hier runterfallen! Oh! Da gehts wirklich steuer runter! Ich kann auch da hin und pennen gehen! Da stand doch nur ein Zelt! So! Zack! Geld ins Feuer! Zack, zack, zack! Heute trinke ich was ganz ausgefallenes! wasser ist ja ich habe nichts mehr da einfach habe ich aber leider erst spät gemerkt weder zündstoff noch cola noch sonst irgendwas spezi paulana natürlich nicht da muss man als dauerwerbesendung einblenden robson wie hast du eigentlich die lampe in die wohnung gebaut ich habe die da reingebaut ich habe die da reingebaut hä nein lügen baron doch der robson hat die reingebaut du hast das solar ding gebaut aber die lampe und die lampe und ich baue ein solarding ohne das anzuschließen du affe ja 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 guck meine folgen an hier wird schon wieder gelogen freunde fake news das ist echt bitter jetzt ist da ein typ oder was das kann nicht euer ernst sein ich sehe hier nichts können wir brauchen antworte doch nun mal was ist denn die habe ich da reingebaut mit einem kabel blablabla was ist daran so schwer zu verstehen hast du die im inventar gehabt die lampe oder was die findet man ja hier ich habe glühbirne habe ich okay ausrüsten kann ich das kann mich ernst an dass jetzt hier der ganze strand voll ist mit leuten bist du immer noch am strand ja ich bin jetzt weitergegangen zu dem anderen strand weil ich ja hier wollte nehmen kann ich die jetzt hier auch platzieren muss ich schlafen schlafen hier nichts können wir schlafen man kann die aber doch gar nicht irgendwo hin platzieren ja ich bin bereit ich stehe direkt neben bett ich warte ich versuch war doch geklappt bei mir nicht stock finster bei mir ist einer bei mir sind halt leute ich kann hier nicht pennen wo hast du jetzt das kabel her und ich will das jetzt wissen wie das geht was seid ihr nicht bei uns an der bude oder was ich bin ich bin am strand hier ist alles voll mit babies und zeug wo hat er den kabel her also solarpaneele habe ich nämlich auch aber ich weiß nicht wie ich das jetzt verkabeln soll lebt jetzt hier noch ein baby oder was ich versuche noch mal zu pennen mach mal ich muss wieder neu bauen ich höre was ich bin auch er das kann nicht euer fucking ernst sein hier okay ich habe ich muss zurück ins lager jetzt laufen das ist zu viel jetzt mit den kabeln kannst du sagen wo du da kabel hat ist und wie du die platziert hast alter ich kann gar nichts mann ey das ist so kackweg ich habe keinen bock jetzt zurück zu gehen ich will den scheiß looten jetzt habe ich es ich habe es draht braucht man so jetzt habe ich hier den ich sehe nix habe ich hier den draht und jetzt kann ich doch bestimmt ich versuche jetzt hier am strand noch mal zu zelten tatsächlich dass hier ist gerade niemand in sicht okay habe selber gefunden juckt doch keinen man muss auf den draht nutzen und dann verlegen als maul jetzt schlafen ja ich baue gerade das zelt ich stehe die ganze zeit neben bett und eins von drei also noch nicht mal du selber bist da ist so dumm das spiel ist so dumm einfach ich hasse es macht doch dieses scheiß zählt hoch jetzt jetzt schon nicht so ich hab kein stick natürlich und da steht auch direkt wieder einer ja ich muss ganz zurücklaufen so lächerliches spiel hart ich habe sagt ich sehe einfach nichts richtig gut sein dass ich gleich einfach irgendwie in mein tod falle sind die scheiß treppe da ist nicht scheiße nicht super so nice 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 jetzt findet man den eingang jetzt wird es langsam wohnlich hier so ich bin jetzt da sehr gut der letzte rillen ist das jetzt alles noch mit einem sonar panel ja so ich schlafe ich auch robson als maule holen so ich glaube er ist da ich sehe sein ja da ist er ich bin jetzt zurückgekommen wegen wir können doch trotzdem schlafen wir müssen trotzdem schlafen stock finster wie seht ihr denn aus damit der goldrüstung das oder auch aber warum hatte die an einfach so sieht er aus wie eine kleine fetisch crew wer sind die daftpunks die folge habe ich übrigens auch so genannt daftpunk für arme guck mal hier robson hier kann ich das erklären der brille hört mir eh nicht zu was willst du jetzt erklären wie man scheiß rohr verlegt es interessiert niemanden es ist mega einfach und zwar hatten wir mehrere leute hier drin gegner die uns angegriffen haben die sind immer unters haus gekommen und haben das von unten kaputt gemacht deswegen versuche ich hier mit stein alter alter riesige armee da macht das tor zu hat doch selber zu er macht zu brille nicht mit der trinkflasche in der foto apropos trinkflasche trinken warum kann ich hier nichts trinken ich gehe oben auf den ausguck die denken sie ja jetzt ist also goldener typ oben weil die uns war kann nicht mit waffe trinken ok guck mal er ist in eine falle von uns schon wieder wie kann ich nicht treffen schlecht so es muss noch was essen und dann war es gut wie hält der aus hallo wäre es noch eingeschalten headshot er kannst du vielleicht auch pfeile schießen anstatt aloe vera jetzt zu begutachten du machst das doch und jetzt meine ganzen guten pfeile auf jetzt gehst du doch raus sind noch da sind doch gar keine mehr da pfeile aufgenommen hier liegt noch einer guck mal richtig große steine sind das oder was ja ja hier liegt auch im pfeil an nämlich wo jetzt habe ich ihn stein pfeil war das das war meiner stein pfeil habe ich hier guckt solche hier zum beispiel also ich weiß nicht hier liegt bei mir einer sonst und ich brauche meine kohle faser pfeile ich habe ich nicht habe nur stein pfeil genommen und dann kann ich auch mit dem großen stein nach der werbung ist das hier so ist das und bäume wachsen jetzt nach wie du siehst sehe ich nicht hier stehen doch welche die waren doch eben nicht also schön auf den stein unter wasser verloren weil ich hätte man durch die tür gehen so ich gehe wieder zum strand warum ja ich habe ja die sache noch nicht gelootet ich brauche hier und dann gehen wir los lösen dieses spiel okay richtig geil runtersliden die treppe die treppe nicht gesagt hier waren baby es ist niemand hier doch nicht da hinten an einem anderen strand ist hier irgendwas eingebildet den strand hier habe ich ja gelootet bevor es dunkel wurde wo ein cooking pot der steht da immer von anfang an ne ja weiß ich nicht wüsste ich aber dass mir der steinwand klappt noch nicht so wie ich mir das wünsche ich bin der steine wachsen auch nach scheinbar das ist spaßig so gegenüber unfair warum kann ich jetzt hier nicht weiter die wand machen das finde ich blöde hier geht auch nicht alter wieso ist hier immer noch jemand es ist doch nicht mehr nacht brülli komm mal her ich habe was mit dem du mal her und hilf mir hier den finden zu besiegen i don't get it mene nein heißt nein ich will mich nach oben bauen ich will zur seite bauen ja du monster beschützt du deinen loot juckt mich nicht gefällt mir nichts aber es ist wie es ist ich will ein bisschen hier das hat geklappt okay die armbrust haben wir auch noch nicht gefunden oder armbrust pfeile schon genau armbrust keycard hier ist so ein penis ja ich weiß bin ich dran vorbei ja mach den doch mal kaputt so ich habe alles gelootet oh ich habe keine pfeile mehr oh nein wie schlecht brilli er kommt ich kann ja das überlebt haben ich habe den mit der schrot einfach ins genieck ich habe mir auch schon einen pfeil einen kopier äh mene kommst du zu uns wollen 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 wir am strand entlang gehen oder was ne aber hier würde ich jetzt mal wieder lang weil letztes mal waren wir in der andere richtung und dann gehen wir jetzt mal hier lang ja okay ich komme so eine halb geschichte würde ich vorschlagen sehen wir mal eine sekunde ich mache noch hier die tür zu damit man nicht ankommen und alles ist kaputt in welcher höhle wart ihr denn letztes mal als ich nicht dabei war nur in denen wo wir schon waren damit der zwiebel die sachen kriegt also eine rüstung und so also du hast quasi nichts verpasst verpasst am golfplatz warst du da dabei oder ja da drüben seid ihr ach die meine fresse da musst du mal ganz schön weit latschen mach mal langsam jungs mach hin jetzt wenn du so weiter riskieren gehen wir schneller ja ist so fühlst du dich dann nicht bisschen wieder hier im europsen nee weil da wo ich herkomme redet man nicht so keiner redet so freiwillig das ist korrekt außer nazis ey lass mal handeln du npc lass mal handeln ich habe reiskörner lucky lucky luke hier ins auge rein uh machst du akrobatische stücke mit deinem ding oder was akrobatische stücke okay wow da wird gleich einer gefällt jo willkommen bei 7 vs wild hier mit meiner machete mach ich den baum kaputt klappt nicht ja kacke hast du den baum kaputt yeah ja mann was mach ich jetzt ja nix du musst hier erstmal neue pfeile bauen wir können auch nochmal bei diesem druck ding vorbeigehen und uns neue pfeile drucken also die guten ich habe eh seit jeher ist mein druck mein druckzeug wieder komplett voll tausend drucker harz habe ich ein 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 dieses lied nicht doch ein 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 drucker raum und nicht wirklich viel weiter und doch gar nicht wo bleibt der typ da ist er kommt auf geht's das stimmt doch gar nicht brillig was denn der golfplatz war die andere richtung ist richtig und unserem lager also schwart also schwart doch nicht ja 2d2 aber die 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 sind doch danach noch weiter gegangen und die die golddingens rüstung war doch dahinter oder bin ich blöd das war nicht in dem drucker ding die war so mitten da sind wir über die berge in der mitte gegangen aber das war doch hinter der druckerhöhle oder nicht ach wir werden sehen wir gucken uns das mal an ey sag mal haben die irgendwas geändert der wackelt total mit dem gps das war doch früher nicht da wackelt nichts was ist hier für ein ständer guck mal hier ist ein lager hier ist es eine lage der brilli hat die karte in der hand er führt uns durch den herbst und bald ist wieder winter sagt er jetzt bestimmt gleich ja es gibt jahreszeiten was sind diese beiden symbole da das sind diese motorräder ach genau ey das wackelt total was hat denn der für ein scheiß problem da wackelt gar nichts brilli alter bei mir ist der übelst am wackeln ich kann gar nicht sehen wo du lang gehen nischt wackelt da nischt bei mir auch nicht wenn man rennt nischt vielleicht muss ich mal noch irgendwas in die hand nehmen knochen bim knochen knochen maniak stimmt wir waren auch noch nicht da wo wir auch hätte graben können mal ne ja wir haben so eine ausgrabung ja wir haben irgendwann das war nicht weit weit weg eigentlich ja was war war das nicht ausgeschildert ne das waren irgendeine kreuzung auf dem weg zu so einem gps ne ne das war bei so einem grünen da wollte ich jetzt eigentlich nicht lange ich wollte eher noch ein bisschen ins landesinnere nicht zum strand wird ja noch mal gucken dürfen ne nicht beim brilli und das weißt du das weiß er und ausschau immer noch nach aloe vera halt damit wir uns mal richtig geil immer hielen können haben wir doch angepflanzt haben wir angepflanzt aber das reicht wahrscheinlich nicht kommen wir keinen samen raus und fertig das wäre schlecht wenn wir da keinen neuen keinen neuen samen raus bekämen ja auch also kommen wir mal an wie viele drei pflanzen haben wir das wird natürlich knapp oh hier ist großes camp oh ja vielleicht müssen wir sowas mal klären vielleicht ist da halt irgendwas oh ich bin down ich bin down ja ich versuch's aber renn direkt renn wohin ok ich denke wir wollen das klären ja nicht ohne robsen ich bin ja auf dem weg und ich weiß auch noch nicht ob es irgendetwas bringt außer dass wir munition ohne ende verlieren das ist aber ein ziemlich großes camp halt ja im ersten teil war das schon cool weil man wusste wenn man so ein camp macht was auch du bist du wieder an einem vorbei gerannt hier dass man dann so einen eingang gefunden hat so eine höhle wo was drin ist ne der haut wenigstens ab ok dann lässt er mich hier alleine stehen mit ohne leben ja dann nimm doch mal Tabletten so was ist jetzt ja wollen wir es klären oder nicht wo ist das mir wusste aber wir waren hier guck mal wir waren hier schon da hinten ist ja sogar noch äh ein Haus was wir gebaut haben ja ich weiß dass wir hier schon waren ich will mal weiter gehen ja dann lass mal weiter gehen da äh über diesen Fluss quasi rüber fluss naja dieser land dieser fjord achso da rüber und dann da weiter hm was ist mit der insel die da ist ich glaub das ist aber der weg den ich mit dem zwiebeln laufen kann ja wir waren auch hier schon ich meine noch weiter man welche insel insel da in dem fjord da gehen wir jetzt hin stimmt nicht guck mal dahinter ist auch noch ein Haus was wir schon gebaut haben ja irgendwo muss es ja mal weiter gehen ne die folge nicht eigentlich schon lang zu ende naja stimmt leute vielen dank fürs zuschauen wir sagen tschüss macht es gut bis zum nächsten mal euer fabrilli euer robbi und euer tschüss tschau 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 tschau